Shyamasana, die Stellung von Shyama und damit von Krishna, kann man auch übersetzen als die dunkle Stellung. Shyamasana ist eine Stellung, um die Nasendurchgänge frei zu bekommen. Wenn du die Wechselatmung machen willst und ein Nasenloch oder beide verstopft sind, probiere es mal aus. Shyamasana wird wie folgt beschrieben von Garote in seinem Encyclopedia of Traditional Asana. Raffaella folgt den Instruktionen. Gib den rechten Fuß auf das linke Knie und gib den linken Fuß unter das rechte Knie. Also idealerweise die Beine in Agnistambhasana. Du kannst natürlich auch eine andere Sitzhaltung annehmen. Dann hebe die Hände hoch und gib die Daumenspitze in die Achselhöhle, an den oberen Achselhöhlenpunkt, den Reflexpunkt für die Nasendurchgänge. Gib die Finger auf die Brust und schaue dabei zum Punkt zwischen den Augenbrauen. Wenn du diese Stellung etwa eine Minute einnimmst, wirst du vielleicht spüren, dass deine Nasendurchgänge sich etwas mehr öffnen. Schreib doch in die Kommentare, wie diese Stellung auf dich wirkt. Es braucht etwas Übung, um mit den Daumen tatsächlich den richtigen Reflexpunkt gefunden zu haben. Es ist eigentlich der höchste Punkt der Achselhöhlen und es braucht etwas Übung, den tatsächlich treffen zu können mit den Daumen. Wenn es dir einmal gelingt, den richtigen Punkt zu treffen, wirst du keine Probleme mehr haben mit der Wechselatmung, selbst wenn aus irgendwelchen Gründen die Nasendurchgänge mal etwas verschlossen sind. Natürlich, Shyamanasana bewirkt auch keine Wunder. Das heißt, wenn du eine massive Erkältung hast, dann wird wahrscheinlich Nethi und Dauti und Fasten noch effektiver sein. Ja, schreib es also in die Kommentare und teile auch die Sendung mit anderen, denn dieses Prinzip, die Nasendurchgänge so zu öffnen, ist noch nicht ausreichend bekannt. Also ist es schön, das mit anderen zu teilen. Vielen Dank.